Diese Szene ist bei einer unserer letzten Reportagen entstanden. Einen deutschen Polizisten im Zivil mit ausgebildetem Polizeihund wollten wir eigentlich auf eine Drogenrazzia in einem Berliner Park begleiten. Doch plötzlich wird der Beamte aggressiv von diesem Schwarzafrikaner angegangen. Hey, kannst du sehen? Warum machst du mir ein Video? Was? Warum machst du mir ein Video? Ich habe kein Video gemacht. Entschuldigung. Hey, Polizei, ich habe keine Zeit mit dir. Ich wollte nichts reden mit dir. Warum machst du mir ein Video? Wenn du bist Polizei, warum? Du hast es gesehen? Dass dieser Mann einem Beamten gegenübersteht, ist ihm egal. Äußerlich bleibt der Beamte ruhig und lässt die Pöbeleien des Schwarzafrikaners über sich hergehen. Aber warum lässt er sich das alles gefallen? Bei dem kleinsten Fehler könnte er hier eine Anzeige wegen Rassismus riskieren. Denn wenn deutsche Polizisten auf kriminelle Migranten treffen, wird diese Karte gerne gespielt.